Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Mythology Retold Video. Ich begebe mich weiterhin auf die Rangliste auf der Suche nach den guten Spielen. Ich habe bis jetzt drei Partien gemacht, davon werde ich wahrscheinlich aber nur die dritte hochladen, einfach weil in den ersten beiden der Sound von mir nicht gut eingestellt war. Da war das Spiel viel viel lauter als meine Stimme. Auch in dem dritten Spiel, das ich jetzt wahrscheinlich hochladen haben werde, war der Sound immer noch ein Ticken zu laut, glaube ich. Ich habe jetzt noch mal ein kleines bisschen runter geregelt. Ich hoffe, es wird besser. Ich hatte auf jeden Fall schon viel Spaß. Ihr habt gesehen, ich habe einmal im Team verloren. Das habe ich dann halt jetzt nicht hochgeladen und einmal gewonnen in der 1 gegen 1. Das habe ich auch nicht hochgeladen, wegen dem Sound halt. Und dann habe ich einmal gewonnen in 1 gegen 1. Das habe ich dann hochgeladen. Bis jetzt habe ich in jedem Spiel beim Gegner einmal den neuen Gott Freya gehabt. Das probieren viele aus auf jeden Fall. Achso, genau. Und jetzt habe ich mal gesagt, ich suche mal nach einem Teamspiel, weil ich halt jetzt einmal das 1 gegen 1 hochgeladen habe. Und jetzt will ich auch noch ein Teamspiel auf jeden Fall dazu haben, einfach zur Abwechslung. Ja. Und ich werde weiterhin mit zufälligen Gott immer spielen. Also egal welches Folge, egal welcher Gott. Ich nehme sie alle. Ich muss aber auch noch ein bisschen die neuen geänderten, angepassten Mechaniken lernen. Das ist, da ist viel noch sehr anders im Vergleich zu der Originalversion. So, wir haben eine Partie gefunden auf Oase. Die ist ein bisschen offener als die Version, die wir aus Edge Vampires 2 kennen auf jeden Fall. Und ich darf jetzt im grünen spielen. Ich glaube, die Farbe kann man nicht anpassen. Nee. Ähm. Und ich spiele mit dem Yam Smasher. Kann ich hier sehen, wie viele Partien der schon gemacht hat? Ah ja, der ist sehr ausgeglichen im 1 gegen 1 unterwegs bislang. Aber es ist, wenn das Spiel gerade erst, ähm, veröffentlicht ist und die Leute sich auf die Rangnüsse begeben und noch nicht ihre feste Elo haben, dann ist das hier echt jemal der wilde Westen. Okay, ist schonmal ein YouTuber am Start. Wir haben Seed, den habe ich auch, ähm, in meiner zweiten Partie, die ich ja, wie gesagt, der meins gegen 1 hatte, aber nicht hochgeladen habe. Soundgründen. Warte ich den auch. So, einmal an alle. Good luck, have fun. Und dann chatten wir auf, äh, Teammates umstellen. So, was ist mein Kollege? Der ist, ähm, Zeus. Ach. Nein. Anit, sind Sie aufgeregt? Ähm, ähm, ähm. Ja, diesmal, ähm, ja, ein Teamspiel. Die Dynamiken im Teamspiel kenne ich überhaupt nicht. Absolut. Keine Ahnung. Ähm. Ähm, und ich sehe gerade, ich glaube, als Ägypter habe ich einfach grundsätzlich weniger Punkte. Kann das sein? Das kann ja nicht sein, dass ich, naja, es kann auch am Scouting liegen, ne? Dass ich in so kurzer Zeit schon so wenig, so viel weniger Punkte als die Ahnen habe. Ah, Scouting ist halt auch ein bisschen weg. Also am besten lässt sich eigentlich mit, ähm, mit dem Gott, äh, Reh oder Ra, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ähm, scourten. Der kann nämlich eigentlich mit seinem, äh, Pharao direkt scourten. Und, weil man mit seinen Priestern auch, äh, verzaubern kann. Das heißt, man muss, äh, den, ähm, Pharao da nicht abstellen für. In which. Also mit den Griechen scourten ist es genau wie bei Trimby's 2, das mag ich dann am liebsten natürlich im Vergleich dann. Image EREK. GEREK, A-U-I-E-E-E-U-R-I-F-E-R-A-U-I-E-E-R-Kid. Äh, so, was hatten die Gegner nochmal? Die haben Atlanta und Wikinger. Ich habe schon mal auch Trilipien hier, sind da welche dabei. Den Appen, das kenne ich aus dem Originalspiel, das ist ein bisschen doof. Das ist, Klappunkte von Häusern, ja, ist auch nicht der Knaller. Und hier, kleinere Cavalry, was ist das? Bald der Gaia, so. Ja, wirtschaftlicher Zauber. Ich kann schon mal mir überlegen, ich nehme, glaube ich, den mit den, ähm, Schlangen, Budgets. Gehen. Gehen. Ja, also es ist, man kennt, äh, Oase natürlich aus Edge of Empires 2, in der Mitte viel Holz. Man kann sich theoretisch abmauern, aber ich bin, oh. Interessant. So hebt es sich sehr weit raus, man geht ja da nicht zu den Giraffen hier, naja. Aber ich, ich will es ein bisschen, auch wenn sie versuchen. Versuchen zumindest. Mit die Gip, da braucht man nicht so viel auf Holz, aber ich gehe jetzt trotzdem mal, um, schon mal auf Holz. Was ist das für einer, was, das gehört von ihm? Was ist das für eine, was Sie sagen? Entio, Kid... 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 Kid! Ach genau, und die ganzen zusätzlichen, ähm, ima gibt's ja auch noch. Hmmmm... Ack! Ich sammle jetzt einfach mal Reliefion ein, weil ich's letztes Mal einfach nicht hingekriegt habe. Und so der Geld ist hier und das heißt bei mir ist der Lauer hier unterwegs. Und die Sands muss ich auch noch gucken. Das klingt immer alles so dramatisch. Brauchen wir denn Gold? Wir gehen noch so viel auf Gold, meine Güte. Was kostet? Die kostet wahrscheinlich auch Gold, ne? Ne, die kostet Holz, alles klar. Dann pack ich vielleicht doch noch mal ein paar mehr auf Holz. Und jetzt... Sorry, dass ich ab und zu mal hier so nachlesen muss, was eigentlich los ist. Ich kenne viele halt wirklich nicht auswendig. Speerträger dazu machen, keine Ahnung was er denn für Einheiten machen wird. Also gar nicht was für Einheiten Sinn ergeben würden. Ich bekomme jetzt genau das Rechtstod. Ich greife jetzt auch mal an. So. Ähm... Ach, der Gegner hat sich auch dafür entschieden. Bei der Gegner gegen Wikinger-Spieler sind die Axtkämpfer eine gute Idee auf jeden Fall, weil der viel Anforderer haben wird. Wo hat der Spinnen-Zauber gemacht? So, das ist hier drüben. Hier, wieder eine eher defensive Angelegenheit. Hier, kommt drauf da. Hier hat er seine Spinnendinger da gebaut. In which... Into... 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 In which... Into... Into... laissez auchääääääääääääääłąäääääää! Sie hat sie ohnehin noch gut geboten husbandlagen. Ähmm... Ich bin sehr durcheinander gekommen. Ich brauche auf jeden Fall mal noch ein... ...gegas-kostes Ding hier. Ich habe gerade sehr viele Einheiten in die Schleife geworfen, deshalb... ...passt das schon. Mein Kollege greift jetzt hier mit an. Das ist super. Ah, meine Priester können heilen. Ja, das vergessen. Weil ich habe ja gerade den Gelben hier so mit rübergezogen. Der hat ja gerade auch mit mir gekämpft. Das ist dann denke ich mal ein gutes Zeichen. Habt ihr hier nichts mehr in der Nähe? Okay. Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht raus! So, er hat bestimmt den Turm jetzt hier pariert. So, hier ist er sehr defensiv unterwegs. Ich muss eher was finden, wo ich ihn treffen kann. Oh, hab ich ein Viech verloren? Ah, das ist wahrscheinlich zu möglich hier. Ja, das läuft zusaugt. Wie hab ich denn so wenig Punkte. Das verstehe ich echt nicht so, wirklich. Grich and Dio UiR 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 E-A-R-E-R Enito Dio Grich UiR 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 Unite Dio Unite Dio Unite Dio Die werden jetzt wahrscheinlich alle sterben, oder ist nicht schlimm. Schaden angerichtet haben sie ja. Und da kommt's an. Und hier ist auch meine neue Truppe schon parat. Also ich stresse schon genug, würde ich sagen. Wo hab ich noch meinen Priester? Hier? Ich nenne den mal Priester. Ich hoffe, dass stört keinen. Das ist ein Pharao natürlich. Die Diener ist sogar noch. Wird eigentlich nur ein bisschen stressiert, ne? Was ist das nochmal? Wirbelwind Wirbelwind 走ern Dann bring ich die doch vielleicht mal. zusammen.这个 Um Do Was könnten wir uns da mal noch leisten? Ah genau! Dorf-Zentrum wollte ich mir holen. Was kost'n das!? 000 Gereck, denito! Wucher nenn ich das, Wucher. Schön wir da Upgrades pumpen. Irgendwer ist im nächsten Zeitalter, das ist mein Dude, das gefällt mir. Ähm, das sollten wir aber auch mal anstreben, würde ich behaupten. Meiner hat auch schon noch ein neues Blurzentrum gebaut, wunderbar. Versuchen mal von unten anzugreifen. Und vielleicht auch mal anfangen ein paar Mauern zu ziehen, einfach um nicht überrascht zu werden. Wäre sicherlich nicht schlecht. Inito, into you! Inito, kid. Nein. Wir sind auf der nächsten Zeit, ne? Super. Na auch das? Okay, das geht ja schnell jetzt. Ähm, dann einmal D und V. Ah nein, kann sie hier hinmachen. Ne, zurück zu ihnen einmal. Wir müssen jetzt erstmal schön upgraden. Ja, gefällt mir. Ich glaube, wir haben das Spiel gut in der Hand hier. Wir haben jetzt irgendwelche, äh, wir haben ja Viecher da drin. Äh, die haben ja auch gut Schaden gegen, ähm, Langs... gegen, äh, Dings... Gebäude. Ich bin drauf da. Oh, hier ist ein Lücke. Hier... Was hat er hier eingefroren? Das müsste aber eigentlich gar nicht so schlimm sein. Da wird eigentlich nichts an Verstärkung dazugeholt. Schicke ich ein paar von den Dudes wieder zurück. Ja, bei meiner angreift kann der jetzt hier nicht mehr helfen. Meiner ist schon in der Lidschenzeiten stark. So einer hat aufgegeben. Das war der blaue. Das ist meiner hier. Jetzt habe ich ihn noch gar nicht gemacht. Das machen wir mit der nächste Zeit gehen. Oder doch nicht. Ich glaube mein Dude war schon ziemlich stark. Der war viel früher in der nächsten Zeit als die anderen immer. Auch als ich. Glaube ich. Ja. Gutes Stück. Der weiß glaube ich schon was er tut. Gut. Der gelbe hat auch recht wirtschaftlich gespielt, wenn ich das richtig sehe. Hat ja auch sein zweites Dorfzentrum gehabt. Aber der blaue hat sich sehr so eingeillt. Und es hat nicht so 100% geklappt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich immer noch irgendwo eine Lücke habe. Mit den Mauern bauen hier in dem Spiel bin ich noch so gar nicht vertraut. Aber ich habe bestimmt am meisten Wirtschaft gemacht, oder? Ich habe drei Dorfzentrum plus das Superdorfzentrum. Wo kann man das sehen? Habe ich irgendwo das Beste gemacht? Ne gar nicht, ne? Also insgesamt Punktzahl war ich ja sehr nah an meinem Kollegen dran. So Wirtschaft. Ne bin ich gar nicht mehr so krass. Also ich habe am meisten Dorfwohner gemacht. So das können wir mal festhalten. Und am meisten Resultaten sind gefallen. Wie in meinem 1k1 Rank einfach mal schön rein spammen. Makro ist auch eine Form von Strategie. Ja. Lief doch ganz gut. Und jetzt bin ich hier in diesem Zoom gefangen, wie es aussieht. Ja. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und ich sehe euch in der nächsten Runde. Bis dann.